Es gibt neue Tortenringe von GEFU. Ich zeige es einmal mit einer Hand. Es ist ein neuer Verschluss. Man legt es einfach nach oben und dann kann man wirklich mit einer Hand aufdrehen. Auf die gewünschte Größe, sagen wir mal, wir haben 22 cm arretieren und er ist fest bei verschiedenen Größen 10 und 15 cm. Das ist der 10 cm hohe.